Ja, 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 ja. Weihnachten, du, das dauert nicht mehr lange. Das wird jetzt höchste Zeit. Und da musst du Geschenke kaufen für den Erbtante, für den Erbonkel. Sonst kannst du nix erben von denen, glaub es mir. Also vergiss das bitte nicht. Und denke auch dann an den Blumenstrauß. Einmal im Jahr musst du ja dann auf Frauen Blumenstrauß liegen. Da musst du auch dran denken. Und dann noch ne Kleinigkeit für die lieben, netten Kollegen, für den Vorgesetzten, für den Chef. Hast du keine lieben, netten? Ha, da brauchst du nix kaufen. Hast du ein Glück. He, he, he. Also du, ich wünsche dir schöne Weihnachten und mach es gut, ruh dich aus und tu mal richtig die Beine hoch. Ja, mach es gut, schöne Weihnachten.